Komm, 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 komm Wir kommen vielleicht auch mal ein bisschen auf die Serie in Europa, auf den Schausch wieder zu sprechen, der eigentlich im Prinzip von Anfang an gerne wollte, dass er auf die große Leinwand kommt und Schauspieler wird. Wir zeigen mal, wie viel Mühe er sich gibt mit den Fans. Wir zeigen das einmal in der anderen Kamera, das sieht wirklich hervorragend aus, das unterschreibt jedes Autogramm und gibt jedem Einzelnen ein Interview und macht Fotos. Dieser Mann hat Box Office Geschichte geschrieben. Er ist einer der ganz wenigen Superstars neben Tom Hanks. HomSarah. Macherkids. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Untertitelung des ZDF für funk, 2017